Äh, ja, moin. Autsch. Willkommen zurück, liebe Leute. Wir sind hier wieder bei Super Mario Maker 2 One Subscriber Level Per Day. Dem Format, welches durch die Kanalmitglieder unterstützt wird, welche mich unterstützen. Hier haben wir heute Castle with Ultimate Boss von David. You have to defeat the Ultimate Boss. He is the greatest one ever. Er hat mich, er hat mich als Gegner eingebaut. Nein, kleiner Scherz am Rande. Eine Abschlussrate von 5,47%, 18 erfolgreich von 329 Versuchen. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Der Weltrekord liegt bei 2 Minuten und 8. Castle with Ultimate Boss. Okay, komm, lass ich mal. Hier gibt's auch Leben. Oh, okay. Äh, ja, moin. Autsch. Der war so stupid. Hahaha. Ich wusste ja genau, dass der da kommt. Ne, leider nicht. Ich wusste ja genau, dass der da kommt. Bin ich jetzt schneller gewesen als die? Ja, ich hab sie die spawnen lassen. Okay. Äh. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das möchte. Deswegen warte ich jetzt mal. Oh. Da gibt's eine Feuerblume. Ah. Okay. Jetzt möchte ich den da mitnehmen. Denn ich glaub, irgendwie den brauche ich. Denkt euch euren Teil, okay? Und da auch. Äh. So. Puh. Puh. Ich weiß nicht, ob ich da... Kann ich in die Röhre? Ja. Ihr könnt mich ruhig dumm nennen. Ähm, verdammt, verdammt. Okay. 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 Puh. Wow. Nein. Uff. Ah. Wieso fehlt mir ein roter... Hä? Wo hab ich denn jetzt... Wo hab ich eine rote Münze übersehen? Und der Ultimate Boss? Ernsthaft, David? Ne, ich muss jetzt nochmal die Münze suchen. Das hat mich jetzt gewundert, weil er... Es war ja eigentlich alles offensichtlich. Also irgendwo hab ich jetzt eine Münze übersehen. Okay. Da ist keine, da ist keine und da ist keine. Und da unten ist auch keiner. Ihr auch nicht. Okay. Ich bin grad so vertieft in dieser roten Münze, dass ich gerade nicht nachdenke. Ja, man merkt es. Okay. Okay. So, die haben wir. Oder hatte ich die beim letzten Mal vergessen? Ich glaube fast, die hat ich vergessen. Ja, die hat ich vergessen. Wir warten. Egal, wir wissen. Der ultimative Boss ist nicht vorhanden. So easy. Okay. 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 Kapaa, in die Lava. Yeah. Ne, gut, jetzt habe ich ihn gefunden. Jetzt bin ich auch zufrieden, weil ich wollte gerade sagen, hä, bin ich irgendwie blöd oder so? Ja, war ich. Ich war blind und blöd. Aber nun gut. War gar kein schlechtes Level, muss ich sagen. Klar, es gab hier und da so ein paar kleine Feinheiten, wo ich sagen würde, naja, hätte man ein bisschen schöner machen können. Aber nun gut, das ist dann halt, ich sage jetzt auch mal teilweise Geschmackssache. Ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer To, haut rein. Tschö, tschö. Tschö, 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 tsch